Ständig kommen neue ETFs auf den Markt, die oft vielleicht sogar noch günstiger sind. Außerdem hat sich im letzten Jahr 2022 sehr, sehr viel an den Weltmärkten getan und verschoben. Bei dem einen oder anderen weckt das vielleicht das Bedürfnis, mal etwas am Portfolio zu verändern. Vielleicht etwas weniger USA, mehr Europa oder weniger China. Wir haben euch einmal ein paar Portfolios zusammengestellt und dafür die passenden ETFs herausgesucht, womit ihr startklar fürs Jahr 2023 seid. Viel Spaß beim Video. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzlos und im heutigen Video schauen wir uns mal an, welche ETFs 2023 unbedingt ins Depot gehören. Diese Aussage ist natürlich stark zugespitzt, denn welche ETFs in dein Portfolio gehören, heckt natürlich vor allem von dir ab. Wir haben trotzdem mal ein paar Beispielportfolios zusammengestellt und auch gezeigt, mit welchen ETFs man diese Portfolios zusammenstellen könnte. Mithilfe unserer ETF-Suche wirst du aber auch einfach die ETFs finden, die für dich am besten passen und das können häufig auch ETFs sein, die in diesem Video gar nicht vorkommen. Starten wir noch einmal ganz kurz und knapp mit den Grundlagen, wie finde ich denn den richtigen, für mich passenden ETF aus. Zunächst einmal muss ich mich entscheiden, welchen Index ich abbilden möchte, also welche Weltregion möchte ich abbilden oder welchen Sektor. Aus dem Index heraus ergibt sich dann die ETF-Auswahl. Ich muss also ETFs finden, die diesen Index abbilden. Wenn ihr aus dem Vollen schöpft und viele ETFs zur Auswahl habt, dann solltet ihr darauf achten, dass im ETF mindestens 100 Millionen sogenanntes Fondsvolumen drin sind. Bei großen Indizes, wie zum Beispiel einem MSCI World Index, dürft ihr auch deutlich größzügiger sein und alle ETFs aus eurer Auswahl ausschließen, die weniger als 500 Millionen drin haben. Dann solltet ihr schauen, dass euer ETF schon mal ein paar Jahre auf dem Buckel hat, das heißt schon mal drei, idealerweise vielleicht sogar fünf Jahre alt ist, um schon mal eine Historie zu haben. Dann solltet ihr natürlich auch auf die Kosten schauen, also auf die TER. Ein weiteres gutes Auswahlkriterium ist die sogenannte Tracking Difference. Die haben wir aber jetzt nicht mit aufgeführt, einfach aus der Problematik heraus, dass diese Zahl sehr schwierig zu erheben ist und zwei Tracking Differences nur sehr schwierig miteinander zu vergleichen sind. Deswegen behelfen wir uns hier mit einer guten Approximation, nämlich den Kosten, also der TER. Hier eine kurze Anleitung, wie du den richtigen ETF für dich auf unserer ETF-Suchen-Seite finden kannst. Entweder gibst du hier oben den Namen des Indexes ein oder der Region, die du abbilden willst oder suchst hier in dieser Dropdown-Liste nach dem für dich passenden ETF. Dann kannst du hier als Filterkriterium ansetzen, dass der ETF mindestens 100 Millionen oder mehr an Fondsvolumen haben sollte und stellst dann weitere Kriterien ein, wenn es denn welche für dich gibt. Beispielsweise, wenn du dich ausschließlich für thesaurierende oder für ausschüttende ETFs entscheidest. Dann kannst du abwechselnd nach Fondsvolumen und TER, also der Kostenquote, filtern, um dann einen ETF für dich herauszusuchen, der günstig ist und ein hohes Fondsvolumen hat. Und dann kannst du da draufklicken und dir anschauen, wie dieser ETF sich im Detail zusammensetzt. Soweit schon mal ein kleines Tutorial, wie du dich in diesem großen ETF-Dschungel zurechtfinden kannst. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, die wird bei diesem Video ziemlich lang sein, denn wir haben hier alle Informationen nochmal reingepackt und auch einen separaten Artikel zu diesem Video geschrieben. Dort könnt ihr euch das alles in Ruhe nochmal durchlesen und euch mal ganz entspannt durch die ETF-Suche klicken. Starten wir jetzt mit unseren acht Portfolio-Ideen und am Ende habe ich auch noch einen Bonus für euch. Schauen wir uns das erste Portfolio an. Das ist vor allem für diejenigen geeignet, die nur einen einzigen ETF im Portfolio haben möchten. Denn auch mit einem einzigen ETF kann man die gesamte Welt abbilden. Beim ETF-Investment heißt es nicht mehr gleich besser, sondern ihr solltet eher eine Tendenz haben, wenige Produkte zu haben, bei denen ihr aber einen guten Durchblick bzw. einen Überblick über euer Portfolio behalten könnt. Wenn ihr euch ein Weltportfolio mit nur einem ETF aufbauen wollt, dann gibt es eigentlich zwei Auswahlmöglichkeiten. Zunächst einmal könnt ihr vom Index her den FUZI All World Index wählen. Dieser wird durch Vanguard ETFs abgebildet oder ihr entscheidet euch für ETFs, die den sogenannten MSCI ACWI All Countries World abbildet. Der FTSE All World Index bildet 90% der gesamten weltweiten Marktkapitalisierung von Large, Mid und Small Caps ab. Das heißt, ihr seid hier weltweit investiert in Industrie und Schwellenländer und das sowohl in die ganz großen Aktien, sowas wie Apple, als auch in die mittelgroßen Aktien oder kleine Aktien, die man eigentlich kaum kennt. Zur Auswahl stehen euch hier zwei ETFs, in welche ihr investieren könnt und die beiden ETFs sind eigentlich ziemlich identisch, nämlich der Vanguard FUZI All World. Den gibt es einmal als Tesaurierer und einmal als Ausschütter. Das heißt, ihr könnt euch hier wirklich entscheiden, welche der beiden Varianten euch lieber ist. Beide haben ein extrem hohes Fondsvolumen und sind von den Kosten her auch gleich, nämlich 0,22% TER. Wenn ihr das Ganze einfach nur laufen lassen wollt, ohne damit Aufwand zu haben, würde ich euch empfehlen, die Tesaurierende Variante zu wählen. Da müsst ihr nämlich nicht mehr selbst reinvestieren. Die Alternative zum FUZI All World Index ist der MSCI ACWI. Er bildet 85% der weltweiten Marktkapitalisierung ab und das mit Hilfe von Small und Mid Caps. Das heißt, ihr seid hier nicht in kleine Unternehmen investiert. Diesen Index könntet ihr zum Beispiel mit Hilfe dieses iShares ETFs abbilden. Wenn ihr aber auch kleine Unternehmen dabei haben wollt und trotzdem in der MSCI Familie bleiben wollt, dann könntet ihr euch für diesen ETF hier entscheiden, den SPIDER MSCI ACWI IMI. Und das IMI steht für Investible Market Index und hier wären dann auch Small Cap Unternehmen mit dabei. Das solltet ihr euch allerdings nochmal überlegen, denn der ETF ist etwas teurer, um genau zu sein, nämlich doppelt so teuer wie die iShares Variante. Dafür habt ihr dann aber nochmal rund 200 Aktien mehr mit drin. Kommen wir einmal zur nächsten Portfolio Variante, wo wir nicht viel Zeit drauf verbringen werden, denn ihr kennt es sehr wahrscheinlich, das 70-30 Portfolio. So wie ich persönlich nämlich selbst investiere, ohne den Anspruch zu haben, dass das der perfekte Investmentansatz sein soll. Den gibt es nämlich nicht, denn investieren ist eine sehr persönlich und individuelle Sache. Beim 70-30 Portfolio gebt ihr euch mit zwei ETFs zufrieden. Einer bildet die Industrieländer ab und der andere die Schwellenländer. Und das im Mischverhältnis 70% und 30%. Warum genau in diesem Mischverhältnis, das haben wir in diesem Video schon mal erklärt. Hier aber auch nochmal der Hinweis, auch alle anderen Mischverhältnisse sind nachvollziehbar, beispielsweise 90-10 oder 60-40. Die Industrieländer bildet ihr sehr gut über den MSCI World ab und diese beiden ETFs könntet ihr hier für euer Portfolio benutzen. Der iShares Core MSCI World ist der in Deutschland zugelassene ETF, der mit Abstand am meisten Fondsvolumen hat. Es gibt aber auch noch eine etwas günstigere Alternative von X-Trackers. Diese Variante ist sogar ausschüttend für Liebhaber von regelmäßigen Cashflows. Auch dieser ETF hier von Luxor könnte interessant sein, denn er ist auch ziemlich günstig mit 0,12% TER. Allerdings wäre ich jetzt gerade ein wenig vorsichtig, denn Luxor wurde von einiger Zeit von Amundi gekauft. Aus dem Hause Amundi gibt es derzeit ganze fünf ETFs auf den MSCI World. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle fünf aufrechterhalten werden. Von daher kann es dazu kommen, dass ETFs miteinander fusioniert werden. Im Schwellenländer-Bereich könnt ihr in ETFs auf den MSCI Emerging Markets investieren. Diese beiden ETFs aus dem Hause HSBC machen das zum Beispiel ziemlich günstig mit 0,15% TER. Und ihr könnt wählen, ob ihr gerne die ausschüttende oder thesaurierende Variante hättet. Kommen wir zur dritten Portfolio-Variante, nämlich 70-30 mit Small Caps. Und hier steigern wir wieder die Anzahl der ETFs und wir gehen von einem 2-ETF-Portfolio auf ein 3-ETF-Portfolio. Die Aufteilung von den Märkten ist aber immer noch gleich, 70% Industrieländer, 30% Schwellenländer. Fangen wir jetzt einmal mit den Schwellenländern an. Denn eben habe ich euch Schwellenländer-ETFs gezeigt auf den MSCI Emerging Markets. Und wenn wir jetzt noch Small Caps dazu mischen wollen, können wir statt dem MSCI Emerging Markets den MSCI Emerging Markets EMI, Investable Market Index, wählen. Denn dadurch haben wir automatisch Small Caps mit im Portfolio. Auf diesem Index gibt es beispielsweise zwei ETFs von iShares. Wenn ihr euch für die EMI-Variante entscheidet, also da, wo die Small Caps mit drin sind, verdoppelt ihr fast die Anzahl der enthaltenen Aktien im Vergleich zu den eben genannten HSBC-ETFs. Und das zu einem relativ moderaten Kostenaufschlag statt 0,15 wie die HSBC-Varianten, kosten die beiden iShares ETFs nämlich 0,18% TER. Das bedeutet, für einen Ticken mehr Kosten bekommt ihr nochmal deutlich mehr Aktien mit ins Portfolio. Das erhöht nochmal einen kleinen Ticken eurer Diversifikation. Während bei den HSBC MSCI Emerging Markets die Top 10 ein Gewicht von rund 23% haben, ist das Gewicht der Top 10-Werte bei den iShares ETFs etwas geringer, nämlich bei rund 20%. Insgesamt keine weltbewegende Veränderung, allerdings etwas mehr Small Caps, also kleine Unternehmen mit drin. Kommen wir nun zu den Industrieländern. Hier gibt es beim MSCI World leider keine EMI-Variante. Deswegen müssen wir hier unser Investment auf zwei ETFs aufteilen. Beispielsweise 60% des Portfoliowertes in den MSCI World und 10% des Portfoliowertes in den sogenannten MSCI World Small Caps. Auch auf diesen gibt es wieder ein iShares Produkt, was wir euch hier einblenden. Das ist allerdings nochmal einen Ticken teurer, nämlich 0,35% TER, aber das finde ich auch noch vertretbar. Kommen wir zur Portfolio-Variante Nummer 4. Ein Thema, was im letzten Jahr 2022 viel diskutiert wurde, war das Risiko von China-Investments. Hintergrund dazu ist das Zuspitzen des Handelskrieges zwischen den USA und China und den immer wieder aufkommenden Provokationen gegenüber Taiwan. Deswegen haben viele Investoren mit dem Gedanken gespielt, chinesische Aktien aus dem Portfolio rauszunehmen oder zumindest das Gewicht zu reduzieren. Übrigens, chinesische Aktien aus dem Portfolio auszuschließen, entspricht nicht meiner persönlichen Überzeugung. Allerdings führen wir es hiermit auf, weil, wie gesagt, viele sich Gedanken darüber gemacht haben und wir wollen euch hier eine Möglichkeit zeigen. Ein solches Portfolio könnte folgendermaßen aussehen. Den Industrieländerteil braucht ihr zunächst einmal nicht anrühren. Hier könnt ihr bei 70% MSCI World bleiben oder wie auch immer ihr euch dazu entscheidet, die Industrieländer abzubilden. Der Unterschied findet vor allem in den Schwellenländern statt. Und hier gibt es einen ETF, der den MSCI Emerging Markets ex China abbildet. Das bedeutet, wir haben hier einen Schwellenländerindex, bei dem chinesische Aktien ausgeschlossen sind. Ein Produkt, welches diesen ETF abbildet, ist der ETF von Luxor. Wenn ihr euch dazu entscheidet, China komplett aus eurem Portfolio zu verbannen, dann könnt ihr 30% in diesen ETF investieren und habt dann gar kein Investment mehr in chinesische Aktien. Ihr könnt euch aber auch dazu entscheiden, den chinesischen Anteil einfach nur einen Ticken runterzufahren. Dann müsstet ihr zusätzlich zu diesem Emerging Markets ETF ex China noch einen spezifischen China-Index dazuholen. Und das könnte zum Beispiel der CSI 300 Index sein, der abgebildet wird durch diesen X-Trackers ETF. Der CSI 300 Index investiert vor allem in sogenannte China-A-Aktien, also sogenannte Mainland-Aktien aus China. Welche unterschiedlichen Aktientypen es gibt und worauf man achten muss, wenn man in chinesische Aktien investiert, das haben wir in diesem Video bereits gezeigt. Wir sehen, dass dieser ETF von den Kosten her relativ teuer ist mit 0,5% TER pro Jahr. Allerdings ist das hier ein Fall, wo man etwas genauer hinschauen muss, nämlich auf die sogenannte Tracking Difference, die ich ja eingangs schon angesprochen hatte und sich hier nicht nur auf die TER verlassen sollte. Denn insgesamt läuft dieser ETF sogar besser als der Index. Also er outperformt den Index sozusagen, was für eine negative Tracking Difference sorgt, was für uns positiv zu werten ist. Den genauen Grund dahinter möchte ich euch ersparen. Allerdings hier nur der Hinweis, dass diese 0,5% TER akzeptabel sind. Denn insgesamt läuft der ETF sogar besser als der Index. Ihr bekommt ihn also fast zu Negativkosten. Eine mögliche Dreierkombination mit reduziertem China-Exposure könnte dann aussehen. 70% Industrieländer, 25% Schwellenländer ohne China und 5% China-Aktien. Wie ihr aber die Mischung konkret zusammenstellt, das bleibt euch überlassen. Kommen wir zum Portfolio-Idee Nummer 5, nämlich mehr Europa. Das sogenannte 50-30-20-Portfolio. Zu diesem Portfolio haben wir bereits ein ausführliches Video gemacht. Das findest du wie alle anderen Hinweise unten in der Videobeschreibung oder hier oben auf dem i. Die Idee dahinter ist folgende. Im MSCI World ist extrem viel USA drin. Der Anteil der US-amerikanischen Aktien am MSCI World ist mit der Zeit immer größer geworden und steuert mittlerweile zielstrebig auf die 70% zu. Nach Marktkapitalisierung entspricht das tatsächlich dem Warengewicht der USA, aber nicht ganz nach Bruttoinlandsproduktgewichtung. Deswegen könnte man sich überlegen, dass man den Anteil des MSCI World in seinem Portfolio auf 50% reduziert und mit den 20%, die dann frei werden, europäische Aktien kauft. Das könntet ihr machen, indem ihr den sogenannten Eurostock 600 abbildet. Denn er ist ein ziemlich breit gestreuter Index über alle europäischen Länder hinweg und bildet 600 Aktien ab. Diesen ETF könnt ihr zum Beispiel bei Luxor sehr, sehr günstig zu 0,07% TR bekommen, aber es gibt auch eine gute iShares-Alternative. Beide ETFs gibt es schon seit einiger Zeit und sie haben ein sehr beachtliches Fondsvolumen. Kommen wir zur Portfolio-Idee Nummer 6 und zwar einem nachhaltigen Portfolio. Und jetzt öffnen wir tatsächlich Pandoras Box, denn leider ist es ziemlich kompliziert, sich ein nachhaltiges Portfolio aufzustellen. Denn Nachhaltigkeitskriterien sind hochindividuell und es gibt verschiedene Einstufungen von Nachhaltigkeitskriterien, die entweder strenger oder weniger streng sein können. Da durchzublicken ist nicht für jeden Investor einfach. Starten wir einmal mit einer ersten Variante, einem 70-30 Portfolio. Nur statt MSCI World und Emerging Markets zu nehmen, nehmen wir die ESG-Screened-Varianten. Diese Screened-Varianten kommen schon recht nah an den MSCI World Index ab und schließen nur systematisch sehr, sehr unnachhaltige Branchen, wie beispielsweise Hersteller von kontroversen Waffen aus. Insgesamt reduzieren wir dadurch aber verhältnismäßig wenig unsere Diversifikation, wenn man jetzt ein MSCI World ESG-Screened mit einem MSCI World Index oder ETF vergleicht. Diese Screened-Variante gibt es auch vom MSCI Emerging Markets EMI. Ihr erinnert euch, also dem Index, der die Schwellenländer abbildet, inklusive den Small Caps, also den kleineren Aktien. Also auch den gibt es als ESG-Screened-Variante. Und auch hierauf gibt es einen ETF von iShares. Es gibt tatsächlich sogar zwei, einmal eine ausschüttende und einmal eine thesaurierende Variante. Zwischen der normalen Variante und der ESG-Screened-Variante haben wir ungefähr 800 Aktien weniger mit im ETF enthalten. Es ist aber trotzdem noch sehr, sehr stark diversifiziert, nämlich knapp 2300 Aktien sind dort drin. Mit einer Kombination dieser beiden ETFs könntet ihr euch also ein Nachhaltigkeitsportfolio erstellen, was nicht sehr strengen Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Das hat dann den Vorteil, dass ihr immer noch eine hohe Diversifikation habt. Wenn ihr aber strengere Nachhaltigkeitskriterien möchtet, dann müsstet ihr euch für eine sogenannte SRI-Variante entscheiden. Also MSCI World SRI oder SRI oder MSCI Emerging Markets SRI. Auf beide Indizes gibt es jeweils zwei Produkte von der UBS. Einmal als Ausschütter und einmal aus Thesaurierer. Sie haben sogar noch eine Eigenschaft. Sie sind nämlich MSCI World SRI Low Carbon 5% Capped. Das bedeutet, sie haben zunächst einmal ein Low Carbon Target. Das heißt, es wird darauf geachtet, dass es Unternehmen sind, die einen geringen CO2-Ausstoß haben. Und die einzelnen Unternehmen, die in diesem Index enthalten sind, dürfen nicht mehr als 5% Gewicht haben. Das sagt nämlich das 5% Capped aus. Der Grund dahinter ist folgender. Dadurch, dass wir sehr strenge Nachhaltigkeitskriterien anwenden, fliegen im Vergleich zum normalen MSCI World oder normalen Emerging Markets sehr, sehr viele Unternehmen aus der Auswahl raus. In der World-Variante sind nämlich gerade mal 380 Aktien enthalten im Vergleich zu knapp 1600 im normalen MSCI World. Das bedeutet, weniger Diversifikation und um sicherzugehen, dass es nicht einzelne Unternehmen gibt, die ein extrem hohes Gewicht ausmachen, zieht man also sozusagen eine gläserne Decke ein, sodass die einzelnen Positionen nicht mehr als 5% vom gesamten ETF ausmachen können. Kommen wir zur Portfolio-Variante Nummer 7. Und das ist vor allem für unsere lieben Dividendenfüchse. Das bedeutet für Leute, die viel Wert darauf legen, regelmäßige Cashflows zu bekommen. Hierzu haben wir schon einige spezielle Videos gemacht. Wir haben euch zum Beispiel mal einige Portfolios gezeigt, wie ihr euch ETFs so geschickt zusammenstellen könntet, dass ihr durch die Auszahlung jeden Monat Dividende kassiert. Das Video findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Beim jetzigen Portfolio konzentrieren wir uns zunächst einmal auf eine sehr simple Lösung, nämlich der Möglichkeit, mithilfe von einem ETF möglichst hohe Ausschüttungen zu haben. Das Ganze muss nämlich nicht kompliziert sein, sondern ihr könntet euch hier einen einzigen ETF aussuchen und das wäre dann beispielsweise der Vanguard All World High Dividend Yield. Dieser ist vergleichbar mit dem Vanguard Fuzzi All World, den wir uns in Portfolio Nummer 1 angeschaut haben, also eine Ein-Portfolio-Lösung, mit dem Unterschied, dass hier vor allem darauf geachtet wird, dass hier Unternehmen reinkommen, die eine möglichst hohe Dividenden-Ausschüttung haben. Und diesen ETF gibt es tatsächlich dann auch in zwei Ausführungen, einmal ausschüttend und thesaurierend. Wobei, wenn ihr Wert darauf legt, regelmäßige Ausschüttungen zu bekommen, dann macht es natürlich auch Sinn, die ausschüttende Variante zu wählen, denn bei der thesaurierenden Variante wird wieder reinvestiert und dann macht es relativ wenig Sinn, auf High Dividend im Spezifischen zu setzen, denn dann könntet ihr einfach auf ein Fuzzi All World allgemein setzen. Kommen wir zum Portfolio Nummer 8. Wenn ihr unseren Kanal schon etwas länger verfolgt, dann habt ihr vielleicht schon mal etwas vom Weltportfolio nach Gerd Kommer gehört. Gerd Kommer ist in Deutschland ja sehr bekannt und hat das Buch Souverän investieren in Indexfonds und ETFs geschrieben. Von diesem Buch gibt es mittlerweile mehrere Auflagen und in seinem Buch stellt er immer wieder das Komma-Weltportfolio vor. Dieses hat sich von Auflage zu Auflage immer etwas weiterentwickelt. Wer das Komma-Weltportfolio haben möchte, kann das mittlerweile auch über einen sogenannten Robo-Advisor tun, den Gerd Kommer gemeinsam mit Scalable Capital ins Leben gerufen hat. Wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link dazu. Wir haben uns einmal die Zusammensetzung in diesem Robo-Advisor genauer angeschaut und quasi hier ein geupdatetes Komma-Weltportfolio zusammengestellt. Von der Länderaufteilung ist das Gerd Kommer-Portfolio eigentlich ziemlich identisch unserem 50-30-20-Portfolio. Wobei man sagen muss, dass die 50% Industrieländer sich aufteilen in 45% Aktien und 5% vom Portfolio in Immobilienaktiengesellschaften aus Industrieländern. Europa wird ebenfalls abgebildet mit 20% im Portfolio und dann noch 30% Schwellenländer, wobei diese sich wiederum aufteilen in 20% Schwellenländer-Aktien und 10% Schwellenländer-Anleihen. Soweit die geografische Zusammensetzung und die Zusammensetzung nach Assetklassen. Kommen wir zur Strategie, denn wenn ihr Gerd Kommer verfolgt, wisst ihr, dass Gerd Kommer sogenanntes Faktor-Investing betreibt. Und in seinem Portfolio spiegelt sich das auch wieder. Er berücksichtigt nämlich fünf sogenannte Faktoren. Diese sind Small Cap, Value, Quality, Momentum und Minimum Volatility. Das sind alles Faktoren, die bei der Aktienauswahl angewandt werden, weil man sich daraus auf Basis von wissenschaftlicher Recherche erhofft, dass langfristig diese Aktien bessere Renditen als der Gesamtmarkt abwerfen werden. Beispiel Small Caps. Man geht davon aus, dass kleine Unternehmen langfristig gesehen höhere Renditen abwerfen als große Unternehmen wohl bemerkt. Es gibt hierfür keine Garantie und es gibt immer wieder Phasen, wo diese Prämien, also diese Faktor-Prämien, also diese Mehrrendite auch tatsächlich negativ sein kann. Das war zum Beispiel der Fall bei der Value-Prämie in den letzten Jahren. Kommen wir jetzt einmal zur Zusammensetzung des Portfolios. Wenn wir nämlich all diese Faktoren, sowohl die Faktor-Prämien als auch die geografische Aufteilung miteinander kombinieren wollen, ist sicherlich nachvollziehbar, dass wir hier einige ETFs für brauchen. Und tatsächlich brauchen wir ganze 13 ETFs, um dieses Portfolio abzubilden. Dieses Portfolio nachzubauen lohnt sich also eher, wenn ihr etwas mehr Kapital habt, dass ihr das auch sinnvoll auf 13 ETFs verteilen könnt mit der entsprechenden Gewichtung. Welche ETFs das sind und in welcher Gewichtung, das blenden wir euch jetzt hier einmal ein. Wir sehen hier jeweils 5 ETFs auf den MSCI World mit den entsprechenden Faktoren. Also das sind die Industrieländer. Dann nochmal 5% Industrieländer Immobilienaktiengesellschaften. Dann 5 ETFs auf europäische Aktien. Die meisten davon auf den MSCI Europe mit dem entsprechenden Faktor. Nur bei den Small Caps bedient man sich eines anderen Indexanbieters, nämlich dem Stocks Europe 200 Small Caps. Dann kommen die Schwellenländer. Diese werden zu 20% mit einem ETF abgebildet, den wir schon gezeigt haben eben. und schlussendlich dann noch 10% in einen ETF, der in Staatsanleihen investiert aus Schwellenländern. Das war soweit das Update zum Komma Weltportfolio und das waren soweit auch unsere 8 Portfolios. Jetzt haben wir noch einen kleinen Bonus, wie versprochen. Denn es gibt immer wieder Menschen, die, wie jetzt auch hier zum Beispiel beim Komma Portfolio, zusätzlich in die mobilen Aktiengesellschaften investieren möchten oder zusätzlich in Rohstoffe investieren möchten. Und auch hier gibt es natürlich entsprechende ETFs. Starten wir mit den Rohstoffen. Wenn ihr über unsere ETF-Suche geht, hier Rohstoffe auswählt und dann auf diversifiziert geht, dann bekommt ihr ETFs angezeigt, die auf einen breiten Korb an verschiedenen Rohstoffen setzen. Einer hiervon ist zum Beispiel der iShares Diversified Commodities. Dasselbe könnt ihr dann nochmal tun, wenn ihr auf Immobilien in unserer Suche klickt. Da gibt es dann 30 ETFs, die ihr euch raussuchen könnt, die in Immobilien- und Aktiengesellschaften investieren. Zusätzlich könnt ihr dann hier noch nach Regionen filtern und euch heraussuchen, möchtet ihr weltweit in Immobilien- und Aktiengesellschaften investieren oder nur in Industrie- oder Schwellenländern oder vielleicht auch nur in der Eurozone. Ein weltweit investierender ETF ist zum Beispiel dieser hier von HSBC. Das war soweit auch schon unser Video mit einigen ETF-Vorstellungen und wie man die sinnvoll in einem Portfolio kombinieren könnte. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, die wird bei diesem Video ziemlich lang sein, denn wir haben hier alle Informationen nochmal reingepackt und auch einen separaten Artikel zu diesem Video geschrieben. Dort könnt ihr euch das alles in Ruhe nochmal durchlesen und euch mal ganz entspannt durch die ETF-Suche klicken. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch und schreibt eure Fragen unten in die Kommentare. Und wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.